Das Kind Gottes, bitte. Alle Ehre gebührt dich, Jesus, aller Lohnwerten bei ihm. Na, für das, was in diesem Buch hier steht, bist du aber sehr gut gelernt. Weißt du, hier steht dein ganzes Leben geschrieben. Das ist eine Offenbarung. Die Bücher werden aufgetan und das ist der Tag der Wahrheit. Und weißt du, was hier geschrieben steht? Du hast gelogen und hast oft über Menschen schlecht geredet und schlecht über sie gedacht. Du warst nicht immer ehrlich. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und am Anfang deines Lebens warst du der Spielsucht verfallen und dem Alkohol. Ja, das stimmt. Das ist die Wahrheit. Du warst gebunden und hast bedroht und gelogen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Du warst egoistisch und stolz. Halt! Du hast mich täglich gesucht. Als ich dich gerufen habe, bist du gekommen. Du hast an mich geplant und hast mich mit Freuden angenommen und um Vergebung gebeten. Du hast anderen von deinen Wenigen gegeben und hast mich von ganzem Herzen geliebt. Ich habe deine Sünden für dich ans Kreuz getragen und deine Schuld bezahlt. Den Schuldgriff gegen dich habe ich zerrissen. Sieht meine Male. Für diesen habe ich bezahlt. Und durch mich ist er gerecht vor dem himmlischen Vater. Ich bin gerecht. Nach deinem Tun wirst du empfangen. Der Sündelohn ist der ewige Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist durch Jesus Christus das ewige Leben. dir 19. Ich habe meine морäcke in meinem Welt refuse Cor 근リasche und Gefängnis gew concretare in SSCU. die andere absinmen Questo auch das nie wenn wurde, wenn die indicator wurde, lumpen UN partic justo und offen患 hat ihre Sabrina충. Der Sündelbell an München.